Hallo zusammen und einen schönen guten Tag. Willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Wir haben in der letzten Folge Kapitel Nummero 3 beendet. Ich habe in der letzten Folge die bisher längste Folge überhaupt aufgenommen, seit ich mit diesem lustigen Let's Play Aufnehmen hier angefangen habe. Und wir haben den ersten Lord of Shadow besiegt, den Fürsten, den dunklen Fürsten der Lykaner. Und wir haben jetzt ein weiteres kurzes Kapitel vor uns und ich betrete mal die Bergfestung und wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist gesagt, diese Relic kann Macht über jeden Manns Reckoning bestellen. Jetzt, mit der Hilfe des alten Gott, geht er nach dem Land der Vampiren und weiter ins Herz der Dunkelheit. Oh, wir erinnern uns zurück im Land der Vampire, ähm, wollte Sobek eigentlich auf uns warten. Unser Freund aus dem Ende des ersten Kapitels. Vielleicht treffen wir ihn ja hier, wer weiß. Wo sind wir? Was ist das Ort? Die Kröhe passen. Die Land der Vampiren liegt außerhalb dieser Hölle. Eine kraftvolle Witch protecte diese Domäne. Ich kann gar nicht mehr gehen. Wer bist du? Und warum hast du mir geholfen? Du kannst denken, dass ich dich helfe. Aber du wäre falsch, dass ich niemanden serve. So, so. Das war, äh, unser Freund, der schon mal in Form eines, ähm, eines Pferdes aufgetaucht ist. Auch im ersten Kapitel, gleich am zweiten Level. Das war nämlich der Werte Pan, der uns, äh, hilft. Wir wissen zwar jetzt nicht so zu 100 Prozent, warum eigentlich und überhaupt, aber er hilft uns und Hilfe können wir gut gebrauchen momentan. Ah ja, eine sehr, sehr hübsche Burgfestung. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht mit offenen Armen empfangen werden. So, und ich muss auch hier nochmal sagen, also nach dem letzten Bosskampf, ähm, also ich werfe definitiv zu schnell die Flinte ins Korn, ja. Das ärgert mich so rückblickend betrachtet ein bisschen. Wir haben hier eine Leiche und endlich fängt unsere Steinchensuche wieder an, auch wenn wir das Ganze jetzt mit einer Schriftrolle beginnen. Hier lauern böse Mächte, heimtürkische Mächte, welche den Menschen den Mut rauben. Wie es scheint, verbirgt sich ein Oger in dieser Burg. Es ist kaum zu glauben, dass Kindermärchen sich als wahr herausstellen können. Und ich weiß noch, wie mein Vater mir Geschichten über diese Kreaturen vorgelesen hat, als ich noch ein Junge war. Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, sind beim Angriff langsam, äh, sind sie beim Angriff langsam und schwerfällig. Ich brauche also etwas, das es mir erlaubt, schnell zu rennen und mich flink zu bewegen, wenn ich gegen diese Riesenbestie überhaupt eine Chance haben will. Wenn das mal kein Wink mit dem Zaunfall war, wir haben nämlich unsere tolle, unsere tollen Stiefel nach dem letzten Bosskampf bekommen. Hui, mit der sind wir super schnell unterwegs. Musste ich mir mal merken. Aktiviere die Schattenmagie und halte den IT gedrückt. Ist hier aufgeladen, dann drücke den linken Stick in die gewünschte Richtung, um Hinterlässe zu durchbrechen. Ja, ich muss das immer ein bisschen gehetzt vorlesen. Äh, schalte die Schattenmagie an und halte IT gedrückt. Weil, äh, diese Texte da oben gerne mal dazu neigen, einfach so zu verschwinden. Äh. Ah ja. Coole Sache. Ach, seht ihr diesen wunderhübschen Lichteinfall? Ich glaube, ich habe es schon zigmal erwähnt, aber ich liebe diese Grafik in dem Spiel. Und weißt ihr, was die noch schöner machen würde? Wenn man einfach diese verflixte Kamera mal drehen könnte. Oh, und da ist noch eine Leiche. Steinchen. Yay! Wir haben ein neues Gesundheitssteinchen. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Und dann sind wir wieder mit einer längeren Gesundheitsleiste unterwegs. So, das kann von mir aus ja alles so schön ruhig bleiben in dem Level. Wenn ihr nämlich wüsstet, wie spät es bei mir ist und wie mein bisheriger Tag verlaufen ist, dann wäre das auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Ich kann es ja mal kurz umreißen. Ich hatte heute Frühschicht. Mein Wecker hat um halb vier geklingelt. Bin nach Hause gekommen. Hab erst mal geschlafen. Und es ist jetzt irgendwie zwischen eins und zwei. Und ich muss, äh, bald mich wieder auf den Weg zur Arbeit machen. Ist das nicht toll? Sind das nicht super krasse Aussichten? Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Deswegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen bedrippelt. Aber ich habe eine Red Bull Dose neben mir zu stehen. Die ist zur Hälfte schon vernichtet. Und, äh, ja, ich habe... Ich glaube, ich, ähm, immerhin ein bisschen mehr schlafe als sonst, wenn ich Let's Plays aufnehme. Und mir geht es gerade gut auch, wenn ich noch ein bisschen verpennt bin. Aber die Gegner werden mich hier schon wachrütteln. Und das ist alles gut. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und ich bin froh, dass ich jetzt meine Aufnahmesession nicht mit einem Bosskampf starten muss. Tippe zweimal schnell den linken Stick an, um zu sprinten, und drücke dann Sprung, um auf die andere Seite zu gelangen. Hui! Cool. Also die Stiefel finde ich toll. Aber ich warte immer noch. Also einfach, weil ich das so aus anderen Spielen gewohnt bin und hier auch tierisch vermisse. Ich warte darauf, ähm, dass ich endlich mal einen Doppelsprung lerne. Also das wäre jetzt so meine, ähm, meine, meine Wunsch... Äh, wie sagt man, meine Wunschfähigkeit, meine Wunschaufrüstung... Kommen wir jetzt hier durch? Ah, mir fällt übrigens gerade was ein. Hä? Wie habe ich das denn vor mir gemacht? Äh... Äh... Ah ja! Okay! Und wisst ihr was? Wir hatten irgendwo... Ich glaube, das war im zweiten Kapitel auch so eine bröcklige Mauer, die wir damit dann auch einreißen können. Aber ich weiß nicht mehr, an welchem Level das war. Wuhu! Also wenn das so weitergeht, dann werden wir innerhalb kürzester Zeit lauter, äh, Leisten-Upgrades bekommen. Das ist sehr, sehr genial. Und wir haben bisher, glaube ich, in diesem Level auch nichts ausgelassen. Kann er sich hier oben festhalten? Ja, das kann er. Ja, und in der ersten Schriftrolle war die Rede von einem riesigen Ogre. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist das der Boss des Kapitels? Werden wir in diesem Kapitel den nächsten Schattenfürsten über den Weg laufen? Oder ist das ein Zwischenboss, den wir jetzt hier im Level, ähm, über den Weg laufen? Ich muss mal ganz kurz zurücklaufen, weil irgendwie... Irgendwie war mir so, als ob hier irgendwo noch eine Leiche gewesen wäre. Kann natürlich sein, dass ich das jetzt total durcheinander bringe. Ich will hier mal nochmal genauer gucken. Ja. Ich habe es mir noch in Erinnerung behalten und wisst ihr warum? Weil ich, als ich das Spiel zum ersten Mal gezockt habe und mir dann am Ende mal angeguckt habe, wo ich Steinchen ausgelassen habe. Oh, jetzt habe ich gespoilert, ne? Ja, da ist diese Leiche ja eine von den wenigen gewesen, die ich ausgelassen habe. Deswegen dachte ich mir so, Herr, an das Level konntest du dich doch eigentlich ganz gut erinnern. Und, ja, und das ist ja ein bisschen, ähm, ein bisschen tricky versteckt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, wir haben also jetzt für Gesundheit, für Lichtmagie und für Schattenmagie 4 von 5. Sehr, sehr hübsch. Das heißt, jedes Steinchen, was wir jetzt bekommen, ist automatisch... Ah, hier wird einem Upgrade verbunden. Und ich war zu faul, um zu rennen. Ja, die Kam... Ach, die Kamera schon wieder. Okay, dann nehme ich jetzt halt von hier Anlauf und, ja, das war knapp, aber es hat gereicht. Und wir haben schon wieder eine Leiche, wird bestimmt eine Schriftrolle drin sein, oder? Ja. Hätte mich auch gewundert, so kurz innerhalb von... So kurz innerhalb kurzer Zeit, viele Steinchen, das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Es ist, wie wir befürchtet hatten, die Festung wurde von feindlichen Streitkräften überrannt. Eine schreckliche, vogelähnliche Kreatur hat sich im Turm eingenistet und ein riesiges Monster patrouilliert durch die alten Mauern. Ich habe nichts von den anderen Rittern gehört, also muss ich vom Schlimmsten ausgehen. Ich werde versuchen, zur Bruderschaft zurückzukehren, um sie zu informieren, dass dieser Pass von unseren Gegnern gehalten wird. Ja, ja. Bisher hatten wir, glaube ich, nur Schriftrollen, die uns das Leid der ursprünglichen Lebenden hier nahegelegt haben, außer eine. Und das war in dem Level, wo wir die Feen erstmalig bekommen haben, wo der Typ gesagt hat, dass er jetzt wenigstens von dann ziehen kann und vorher irgendwie was Schönes im Leben gesehen hat oder so. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ziehst du dich hier irgendwo hoch oder habe ich was übersehen? Oder ziehst du einfach... Achso. Ja, Trottlichkeit lässt grüßen. Auf die Idee, da einfach mal rüber zu springen, bin ich jetzt gerade nicht gekommen. Ja, und wir haben jetzt von zwei Gefahren, die von diesem Level ausgehen gehört. Einmal von irgendwas, was uns im Turm erwartet. Und von irgendeinem großen Wächter, der hier so auf Patrouille gehen soll. Ui, wenn man vom Teufel spricht, das wird ja doch nicht etwa sein. Oh, oh. Okay, der scheint böse zu sein mit uns. So, das einzig Gute, was jetzt der letzte Bosskampf vielleicht so mit sich gebracht hat, ist, dass jetzt, also wirklich, alle Kämpfe erstmal für eine Weile total simpel für mich sein werden. Ich setze mal zum ersten Mal eine Fee ein. Gegen die kleinen Gegner sind die wirklich, äh, wirklich sehr, sehr sinnvoll. Weil, wie wir gerade gesehen haben, guck, guck, ich war's nochmal. Ne, wartet, falsche Toste. So, jetzt? Nein. Hä? Warum nimmt der denn keine Fee? Hä? Okay, der Gegner ist eh weg. So, was passiert jetzt? So, also der Typ, der da hinter diesen, oh, Mauerwänden steht, der ist echt sehr, 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 sehr groß. Irgendwie... Ah, nein, 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 nein. Ich hab's so irgendwie befürchtet. Ja, der ist sehr, 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 sehr groß. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das der Wächter ist von dem... Ah, hier vorhin die Rede war. Oh, nein, 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 lass mich los, lass mich los, lass mich los. Aua, ooooh. Ihr habt voll die hässlichen Nägel. Deine Nägel sind schmutzig. Geh dir deine Hände waschen, du. Nein, Aua. Hat nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ah, da oben rechts sehe ich gerade... Nein, 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 nein. Dass der auch eine Energieleiste hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt ganz für ihn zählt. Wahrscheinlich jetzt nur für die Hand. So ein dicker Wächter wird ja wohl nicht davon, ähm, davon sterben, dass wir ihm ein paar Mal auf die Hand hauen mit unserer Peitsche. Okay, Frage beantwortet. Hallo, du hast aber eine ganz schön dicke Wampe und genauso eklige Zähne, wie deine Nägel auch eklig sind. So. Was gibt es über dich zu erzählen? Rüsse riesig, Schwierigkeit hoch, na wie schön. Äh, die anubischen Giganten sind eine uralte Rasse, so alt wie die Erde selbst. Dieser Oga hier ist einer der letzten seiner Art. Er lebt zwischen den Mauern dieser verlassenen Burgfestung und wartet darauf, dass sich Reisende dorthin verlaufen, damit er ihre Knochen mahlen und Brot daraus machen kann. Ach, wie freundlich. Doch dieser Oga hatte schon seit geraumer Zeit kein Menschenfleisch mehr und musste sich mit vereinzelten Höhentrollen begnügen. Oga haben einen äußerst scharfen Geruchssinn und können einen Mann erschnüffeln, der eine halbe Meile weg ist. Das macht sie zu sehr erfolgreichen Fährtenfindern. Zum Glück sorgen ihre Größe und ihre ungelenke Art dafür, dass ihre Opfer sie oft schon von weitem kommen sehen. Na dann schauen wir mal. Also Schwierigkeit hoch, kurz nachdem wir jetzt hier so einen Schattenfürsten besiegt haben. Ähm, ist doch recht, ähm... Äh, irgendwie, weil man heute... Äh, mein Wortschatz nicht so, wie ich will. Ähm, es ist schon in sehr kurzen Zeitabständen hintereinander, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der jetzt eine Gefahr darstellen wird. Weil den, äh, den, diesen Kornell, diesen, ähm, Schattenfürsten, den habe ich gestern besiegt. Nein, ich wollte ja eine Kumpel reinhüben. Du, wenn du so bleibst, Freundchen, dann bist du eigentlich gar nicht so schwer, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so bleiben wird. Ah, Mann, ich hau immer... Ah, nein, oh, nein, nein, aua, aua. Oh, ich hau immer viel zu spät zu. Okay, vielleicht sollte ich doch bei meinen Standardangriffen bleiben. Aber der ist echt cool animiert, ja? Achso, ich kann ihn auch so treffen. Dann muss ich ja gar nicht auf deine Hand warten. Wow, aua, nein! Äh, was, nein? Oh, ich war gerade unter seiner Faust begraben, das war gerade ganz schön knapp. Au! Ah, war das das Auge? Oh, 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 ja, ich verstehe das, du Böse bist, wenn mir jemand eine Peitsche ins Auge jagen würde. Dann wäre ich darüber auch nicht glücklich. Oh, 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 kann ich mich eigentlich an dir aufladen? Ah, ich dachte, der haut jetzt zu. Ja, ich kann mich an ihm aufladen. Och, der Arme, habt ihr gesehen, wie der sich sein Auge reibt? Nein! Ja, ich habe Mitleid mit ihm. Auch wenn ich meine Feinde und Gegner eigentlich hassen sollte, aber irgendwie tut er mir leid. Nein! Irgendwie lande ich immer ganz schön mal nicht. Ja, schrei mich nicht an! Ich versuche es ja kurz und schmerzlos für dich zu machen, und jetzt reibt er sich wieder sein Auge. Entschuldigung. Das mit dem Auge hätte er wirklich nicht sein sollen. Ich hätte den ja auf dem klassischen Weg erledigt, das war aber echt ein bisschen sehr brutal. Das ist nicht meine, meine Uhrzeit, wo ich unbedingt Gore benötige, ja. So, jetzt kommt meine Schattenmagie zum Einsatz. Ja, da hinten können wir uns ja aufladen, wie ich gerade eben so mal wieder registriert habe. So, Dolche möchte ich nämlich ungerne gegen ihn einsetzen, solange ich ja ein bisschen zurechtkomme. Beziehungsweise habe ich auch gar nicht darauf geachtet, ob er überhaupt gegen Dolche empfindlich ist. Normalerweise kommentiere ich das ja immer. Oh, der ist bald weg. Oh, oh. Nein, nein. Wartet mal, ich versuche mal zu rennen. In der Schriftrolle wurde uns ja gesagt, dass wir rennen müssen, um, ähm, oh, das habe ich vergessen zuzuhauen. Oh, ja, okay. Ich glaube, wenn er mit dem Stein nach uns haut, dann wird ein Zuhauen, ähm, praktisch unmöglich. Aber der ist gleich weg, der ist gleich weg. Ach, nee, ich kann ja rüberspringen und ihn dann hauen. Okay, das war mal richtig verkackt. Aber gut, ich habe ihm noch Schaden abgezogen. Oh, oh. Ah, nein, ich kann mich ranziehen. Okay, 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 alles gut. Okay. Bäm, oh nein. Oh, 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 oh. Oh, oh, jetzt hat er... Oh, seht ihr, seht ihr, wie er nach uns schnüffelt? Jetzt hat er keine Augen mehr. Wir haben die Augen rausgerissen. Wie gemein ist das denn? Oh, oh, okay, okay. Er ist böse, er ist böse. Ich kann es verstehen. Da, 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 da. Jetzt, 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 jetzt. Oh, auch das noch. Oh, der Ärmste, der ist echt nicht leicht mit uns. Aua. Oh. Oh, guck mal, wie schmerzverzerrt er guckt. Ich bin gerade echt ein bisschen zu mitleidig mit ihm. Aua. Hoffentlich stirbt er und windet sich da unten nicht mehr in Schmerzen. Ich weiß auch nicht, woher meine Gutmütigkeit gerade kommt. Also, wie gesagt, aufschlitzen wäre okay und so, aber Augen ausstechen und Zunge rausreißen und so, das muss nicht sein. Also, ganz ehrlich, ich kenne durchaus Menschen, bei denen ich das gerne praktizieren würde, die es in meinen Augen auch durchaus verdient haben. Aber der Ogre, der hat ja nur sein Revier verteidigt. Und der hatte auch nur Hunger. Ja. So viel dazu. Auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich zum Nappel der Nation mache. Aber mir hat der ein bisschen leid getan. Aber, wie gesagt, der war sehr, sehr geil inszeniert. Und wenn ich bedenke, dass manche Spiele nicht mal annähernd... Oh, hier bin ich gerade nur zufällig reingefallen. Nicht mal annähernd so geile Bosse haben, wie Castlevania hier Zwischenbosse anbietet, dann... Respekt. Das unheimliche Gebrüll irgendeiner schrecklichen Kreatur heilt an diesem Ort wieder. Sogar die Trolle haben Angst. Ich erinnere mich, als Junge Geschichten gehört zu haben, denen zufolge hier eine Hexe lebt. Oh, Jesus, errette uns von diesem Bösen. Ich befürchte, dass die Bruderschaft bis zum letzten Mann ausgelöscht werden und wir... Aus werden... Ausgelöscht werden wird. Und dass die Welt von der Finsternis verschlungen wird. Was soll nur aus uns allen werden? Okay, mit dieser Kreatur wird jetzt, denke ich mal, nicht der Ogre gemeint gewesen sein, den wir gerade eben niedergestreckt haben. Was ist das? Das sieht schon wieder so aus, als ob man da hinten irgendwie hin könnte. Oh ja, und das hat mich nicht getäuscht. Oh, das hätte man aber echt leicht übersehen können, weil diese komische Säule, die ich gerade da weggeboxt habe, die war in keinster Weise durch so ein Leuchten gekennzeichnet, wie jetzt diese Leiche hier zum Beispiel. Bäm! Wuhu! Lang ist's her! Aber endlich haben wir jetzt wieder ein Magieleisten-Upgrade. Sehr, sehr schön. Das hätte uns im letzten Bosskampf auch eine ganze Menge gebracht. Also ich meine gegen Cornel und nicht gegen den Ogre, den wir gerade eben hatten. Der war ja, wie gesagt, Pille-Palle im Vergleich zu dem Schattenfürsten. So, und ich habe wieder das Gefühl, als ob wir da noch nicht hinkommen. Das sah knapp aus, aber ich glaube, das geht trotzdem nicht, oder? Doch! Doch, wir haben's geschafft! Achso, ich dachte, wir würden jetzt hier ein Upgrade bekommen, aber das ist ja nur so ein Fänen-Auffüll-Behältnis-Behausungs-Dings-Maximierungsteil. Bli, bla, blub. Ja, keine Ahnung, wie ich das nenne. Sagen wir einfach Fänenbehausung, um Fänen aufzufüllen. Ich habe auch noch nie darauf geachtet, wie viel ich eigentlich maximal tragen kann. Fällt mir gerade so auf. Wir haben jetzt momentan vier. Ich glaube, wir können fünf an der Zahl tragen. Und dahinter befindet sich ein Upgrade, aber hier müssen wir wieder unser Kampfkreuz aufrüsten. Wie schade. Das hätte ich doch gerne jetzt schon mitgenommen. Ich habe eh das Gefühl, dass wir uns momentan irgendwie überhaupt gar keine Upgrades leisten können, weil irgendwie für alles hier immer irgendwas benötigt wird, was wir noch brauchen. Naja, ich will mal nicht schmollen. Bin immer noch am überlegen, ob ich das nicht alles irgendwann einfach nochmal holen gehe. Achso, dahin geht's. Oh! Hallo, ihr kleinen Gegnerchens. Ich fand ja euren großen Ogre-Kumpel-Wächter total cool, ja. Oh, ihr seid aber viele. Oh, also diese Flächenangriffe, die sehen zwar cool aus, aber die machen irgendwie kaum Schaden. Deswegen nehme ich die auch nicht so gerne. Dolch, 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 Dolch. Oh, sogar mehrere. Sehr schön. Hier unter mir ist wieder irgendwie so ein komisches Gully-förmiges Gebilde. Ich mutmaße ja immer, dass da irgendwie irgendwas rausbrechen wird. So, wir haben... Ah, wir haben unser Maximum an Feen erreicht. Wir können gerade mal vier tragen, aber die kann ich ja dann wenigstens mal anwenden. Guckt mal hier und guckt mal da. Und schon seid ihr betäubt. Haha, wie er vor sich hin löst. So. Kaum löse ich hier meine tolle Direkt-Kombo aus. Oder Direkt-Heftig-Kombo. Oder wie der Name ist da... ...stirbt er schon vorher. Also diese Gegner halten wirklich nicht viel aus. Oh, jetzt habe ich euch nicht gezeigt, wie er da durchgebrochen ist. Aber mir war... Also das war sehr auffällig aufgebaut hier in diesem Areal. Wenn wir so eine große Fläche hier haben und in der Mitte ist sowas... So ein... Oh, der hat was in der Hand. Oh, der hat was in der Hand. Ich glaube, der will uns damit ganz, 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 ganz böse wehtun. So. Ich haue jetzt mal alle Feen raus, die ich hier so habe. So, und wir haben Dolche. Guckt euch das an. Wir haben Dolche en masse. Guck, wie steht er da gerade nur rum und haut uns nicht? Haha, ich habe dein Holzbalken kaputt gemacht. Nein, nein, nein. Oh, da hinten sind ganz viele Energiestüren. Die möchte ich bitte alle mitnehmen. Alle mitnehmen, aufsammeln. Einmal aufsammeln, okay. Oh, 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 oh. Nein, nein. Nein, 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 nein. Und ich haue dich mit Schattenmagie und eigentlich dürftest du nicht mehr so viel vertragen. So, ist das jetzt schon drin? Da, 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 da. Er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Also fast weg. So, meine kleinen Freunde, das war's dann für euch, wenn ich mal irgendwelche sinnvollen Attacken jetzt hier zustande bringe. Aber ich glaube, ich konnte auch einfach über die rüber laufen. Das geht sogar noch schneller. Platsch, 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 Platsch. Irgendwie tun die mir leid. Also wenn ich nicht gerade auf diesen dicken Höhen-Troll hier reite, dann tun die mir nicht leid. Aber so von oben herab, wenn ich so über die rüber laufe und die total würdelos plätte, dann ist das schon etwas schade. So, hören die jetzt auch mal auf. Hallo. Ja, wir laufen jetzt lustig im Kreis. Was, da ist ein Dolch. An, ich hab zehn Dolche schon drin. So, hört das jetzt auch mal auf. Irgendwie stelle ich mich gerade wieder an wie der letzte Vollhorst. So war's das jetzt. Ich hab gerade wieder Angst, hier irgendeine Leiche auszulassen. Achso, na gut, die Fässer brauche ich nicht kaputt zu machen. Ich hab ja schon genug Dolche. Und diese Tür, die steht uns im Weg. Beziehungsweise stand sie uns im Weg. Ey, ich hab dir gar nicht den Befehl gegeben, ihn zu töten. Hm, na gut. Oh, oh. Ne, nicht noch einer, oder? Oh, oh. Sein Blick sieht etwas beunruhigend aus. Und sie ziehen weiter gegen Turm, den wir vorhin schon im Hintergrund gesehen haben. Und über den wir auch erfahren haben, dass dort irgendeine, äh, Hexe oder sowas wohnen soll. Ich wette mit euch, den werden wir im nächsten Level auch sehen. Hallo, wer bist du denn? Was war das denn? Ein Chupacabra. Größe klein, Schwierigkeit niedrig. Sie werden zwar oft als böse, blutsaugende Monster geschildert, doch eigentlich gieren die Chupacabras nur nach magischen Relikten. Wenn sie solche Artefakte in ihrer Nähe wittern, tun sie einfach alles, um ihrer, um ihrer habhaft zu werden. Aber die Chupacabras, ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche, nur mal so nebenbei, sind nicht von Natur aus böse. Meist geben sie die gestohlenen Gegenstände nach einem kurzen Versteckspiel wieder zurück. Äh, oh nee. Sowas mag ich ja. Gegner, die uns Sachen klauen. Der Chupacabra hat deine Relikte und Kräfte gestohlen. Hol sie dir zurück? Was? Nein, ich kann nicht mehr zaubern. Äh, äh. Relikte? Nee, ich kann auch nicht mehr rennen. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Ich find die trotzdem genial. Ja, also das ist in dem Spiel, glaub ich, jetzt nicht so ätzend wie bei manchen Final Fantasy Teilen zum Beispiel, wo irgendwelche Gegner uns irgendwas klauen können und wir diese Gegenstände dann nie wiedersehen, wenn wir Pech haben. Da oben haben wir ihn gerade gesehen. Seht ihr ihn? Ich kann die Kamera leider wieder nicht darauf ausrichten. Aber irgendwie sind die niedlich. Zumindest bei... Ach, ich... Ich mich gerade aufladen wollte und mich wundere, warum das nicht funktioniert, obwohl ich gerade kurz vorher die Begründung dafür gegeben habe. Äh. Ach so. Oh ja, ich bin besoffen. Ich treff die Leiste hier nicht mehr. So, ich hoffe, dass wir ihn von hier oben aus erreichen. Aber das war, glaub ich, der einzige Weg, den wir hier hatten. Hallo, Chupacabra. Ich seh dich. Gib meine Sachen zurück. Oh, 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 oh. Wie brutal. Was haben wir mit ihm gemacht? Haben wir ihn erwürgt? Oh, der steht da als Steinstatue? Oder war der da vorher schon? Oh, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Was haben wir jetzt mit dem gemacht? Haben wir den umgelegt? Das war irgendwie ein bisschen gemein. Ich meine, er wollte doch nur spielen. Offenlich habe ich da oben jetzt nichts ausgelassen. Ich lade mich jetzt mal wieder mit Energie auf. Nee, also das löst prinzipiell bei mir in allen Spielen immer so ein, äh, so ein ganz, ähm, so ein ganz schlimmes Unwohlsein aus, wenn mir Sachen geklaut werden und ich im Vorfeld nicht weiß, ob ich das verhauen kann und mir verderben kann und eventuell Gefahr laufe, diese Sachen nie wieder zu sehen. Das weiß man ja, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt, nicht. Und in dem Spiel gibt es aber so eine Situation, glaube ich nicht, dass das so unfair gemacht ist, dass man, wenn man sich nicht beeilt, seine Relikte nicht zurückbekommt. Das wäre auch ein bisschen unlogisch, wenn wir plötzlich nicht mehr zaubern könnten. Ein wunderschön konstruierter Turm. Wieder sehr schön, ähm, mit Details ausgestattet. Kann ich mich gerade bewegen? Ach so, ich war da hinten links hinterm Busch versteckt. Oh ja, und die schöne Musik dazu. Also es ist wieder sehr, sehr atmosphärisch aufgemacht. So, eine Leiche gibt es hier nicht. Diese riesigen, schönen Flügel. Also wenn ich irgendwann mal mir aussuchen könnte, ob ich eine Burg, ähm, äh, beziehen möchte und, äh, wie mein Eingang aussehen sollte, der würde wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie das hier. Wunderhübsch gemacht. Sehr, sehr schön. So, wie kommen wir jetzt da rein? Stimmt wieder so. Hey, ja. Oh. Oh. Also wie ich gemutmaßt habe, mit dem Betreten dieses Turms werden wir auch, ähm, das nächste Level lostreten. Das heißt, unser Boss, wenn es hier einen Boss gibt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, den hatten wir bisher nämlich in jedem Kapitel, ähm, wird dann wahrscheinlich, äh, an der Spitze des Turmes auf uns warten und wahrscheinlich diese Hexe sein, wenn die nicht wieder ein Zwischenboss ist, äh, aber das werden wir ja dann sehen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir was kaufen soll. Nachdem du per Salto überfeindenden Wecker sprung das Ganze sofort... Ich weiß gar nicht, wie ich ein Salto mache. Wie mache ich denn ein Salto? Solange ich das nicht weiß, kann ich das leider unmöglich kaufen. Dann schließt sich mir nämlich der Sinn gerade nicht. Äh, er schließt. Ich habe, glaube ich, entschließt gesagt. Ich möchte gerne Reliktkämpfe, äh, ja, Reliktkämpfe, Reliktkräfte kaufen. Ich bin aber auch nicht mehr so weit entfernt von, ähm, von dieser Geschichte hier. Aber ich glaube, ich werde jetzt darauf sparen. Wie viel habe ich jetzt? Wie viel habe ich jetzt? Ja, ich spare jetzt da drauf. Wenn ich schon mal so nah dran bin und wenn das so teuer ist, dann wird das irgendwo seine Bewandtnis haben. Wir haben einen Waffen-Upgrade ausgelassen. Wo war das denn nochmal? Ach ja, an diesem Teil, wo ich bedauert habe, dass wir da wieder unser, äh, unser Kreuz aufrüsten müssen. Und wir haben alle Steinchen gefunden und das war ein sehr gelungener Levelabschluss für uns. Und wie wird das nächste Level heißen? Die Krenhexe. Okay, damit ist dann wahrscheinlich auch beantwortet, wer hier unser Boss sein wird. Die Vermutungen haben sich bestätigt, Mission wäre gewesen, schließe den Level ab und besiege den Ogre, ohne von seinen Angriffen getroffen zu werden. Das klingt nicht unbedingt nach einem Zuckerschlecken. Könnte aber machbar sein. Egal. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich drauf, der Krenhexe über den Weg zu laufen. Ich hoffe, dass sie mir nicht mal annähernd so viele Schwierigkeiten bereiten wird, wie der Boss des letzten Kapitels. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.